gude zusammen und weiter geht es mit halloween 2020 wenn du mit deinen freunden hier stehst klicke mich an aber sei gewiss hier beginnt das abenteuer ja hallo wie ich sehe hast du bereits alle süßigkeiten gefunden kommen mit mindestens zwei freunden wieder lasse sie mich nacheinander anklicken so brauchen wir nur noch einen wenn master joseph mitkommt so starten wir mal mit dem wind schön dass flovy jetzt auch 8 ok hrm 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 Hm. Oops. Wo ist er? Da ist er. Wenn ich mich fokussen. Scheiße. Ich fokuste mich. Oh. Habe ich es doch geschafft. Geil. Yeah. Was gibt es denn? Ein geköpfter Planengeist. Sehr schön. Dieser Kopf ist die Belohnung für die Quest Halloween 2020. Und falls ihr übrigens nochmal Lust habt gegen den Evil Endboss zu kämpfen, könnt ihr jederzeit wieder mit Minimum 3 Leuten zu Bellatrix gehen und nochmal teilnehmen. Genauso gut könnt ihr auf diese Weise auch, wenn ihr schon teilgenommen habt anderen Spielern, die noch nicht beim Endboss wagen helfen. Denn darauf ist diese Quest ausgelegt. Spieler helfen Spielern und arbeiten zusammen. Bevor ihr jetzt abschaltet. Rechts habe ich noch zwei Videos für euch. Oben von YouTube für euch vorgeschlagen. Unten mein neuestes Video. Links könnt ihr meinen Kanal abonnieren, gern die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. An dieser Stelle sage ich Gude und bis zum nächsten Mal.